Auf jedem Level erhältst du eine Aufwertung einer selbstgewählten Fähigkeit. Guten Tag. Habe ich gerade wieder Frames einbrüchen? Ne, sind wir bei 30. Hab das gerade so ausgesehen. Ich will aber jetzt reden. Mann, nur. So, Tempo dran. Penisphantombild. Ähm. Ich bin... Ja, ich sag dazu einfach mal gar nichts. USB-Stick, Randy Strafbescheinigung wegen Alkohol am Steuer. Soll er Beweise vernichten, ne? Haben wir hier noch irgendwas? So, mit dir können wir auch nicht reden, ne? Da haben wir nur noch Bilder. Ach, guck mal, kennt das noch jemand hier die sprechenden Fische? Kann man den irgendwie abschießen? Nein, ich wollte zurück. Kann man den nicht irgendwie abschießen? Ne, schade, geht nicht. Okay, gut, dann gehen wir nochmal rein hier. Guten Tag. Komm, einen ruhiger Tag. Ich will dich auf einen Rennen. Ich werde mich viel mehr vorsichtig sein, als ich mit dem letzten Kind hatte. Hey, Kind. Find die Klinik und bust mich raus. Okay. Der ist ja auch sehr vertrauensvoll. Das ist blöd. So, können wir jetzt den Schlüssel nehmen? Scheiße, wir kommen nicht ran an den Schlüssel. Können wir den runterschießen? Nein, geht auch nicht. Okay, wir müssen dann später wahrscheinlich mal wiederkommen, oder? Erst die da oben. So, das wäre aus. So, wir können die Schlüssel aber nicht nehmen. Können wir den zusammenschlagen vielleicht? Ne. Ah, warte mal, da oben vielleicht noch. So, die nächste Kamera wäre kaputt. Können wir jetzt den Schlüssel nehmen? Ha. Da können wir noch was abschießen. Da knöles Papier bekommen wir da. Wir können den Schlüssel nicht holen. Warte mal. Jetzt vielleicht? Ah, scheiße. Okay, ne, wir bekommen nichts daneben. Sorry, ich muss dich später rausholen, weil man hat ja vielleicht noch was zu sagen. Okay, ich glaube, wir müssen das mit dem Schlüssel später mal versuchen. Oder müssen wir jetzt alle, alle ausschalten? Kann natürlich auch sein. So, wir gehen nochmal kurz nach oben. So, was haben wir denn hier Schönes? Okay, da kriegen wir... Nein! Gesundheitsdrang sind wir sogar komplett voll, ohne was gekauft zu haben. Okay, wer wird hier gesucht? Damien Thorn. Missing Harvey, bla bla bla. Okay. Toilettenpapier, Bleistift und wieder mal Schamhaare. War ja klar. Geld, Gesundheitsdrang. Guck mal, da oben. Da kommen wir aber auch noch nicht rein. Und hier ist abgeschlossen. Huh. Hier. Klebriges Netz. Und... Evidence Room. Ah, okay. Hallo, ich würde hier gerne hochgehen. So, jetzt nehme ich wieder ein Pokémon. Passi-Check. Na-ha. Achso, da müssen wir draufschlagen. Ah, okay. Jetzt können wir nämlich mit der Leiter nach rechts fahren. So, einmal rote Push-De-Button, bitte. Danke. So, jetzt geht's hier hoch. Mal gucken, was wir hier so finden. Bandits. Bandits. Bartschatten. Glitzer-Schmuck. Buckyball. Magnets. Und... Ja. Wieder Schamhaare. Äh, bling, bling und so, ey. Komm, das zieh mir direkt mal an. Äh, wo ist denn? Hier. Finanziell unverantwortlich, aber bewirkt wunderschönes Image. Yeah. Fifty is in the hood. So, okay. Wir gehen mal wieder raus. Da ist ja irgendwie noch gar nichts. So, die Kamera lebt auch wieder. Also, daher glaube ich, dass das wenig Sinn macht. Wir gehen mal raus wieder. Und versuchen mal, Jesus zu finden. Vielleicht klappt das nämlich jetzt. Vielleicht hat das noch nicht geknappt, weil wir vorher die... Okay, gegen euch will ich immer noch nicht kämpfen, ne? Ja, 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 ja. Weil, ähm... Wir die Quest vielleicht noch nicht hatten. Vielleicht finden wir Jesus ja jetzt. Hallo, Jesus. Ist jemand daheim? Ich sag, jetzt finden wir ihn. Hallo. Du hast mich gefunden. Tihihi. Nächste Mal finden Sie mich nicht so einfach. Oh, wir haben Jesus gefunden. Okay, gut. Wir gehen mal zurück zu Christa Maxi. So, vielleicht mit dem Timmy-Mobil. Bringt uns vielleicht schneller hin. Scheiße, wir kommen aber nicht hin. Hier muss eigentlich irgendwo was sein. Gut, aber wir gehen mal ganz kurz da hin. Ich glaube, das ist kürzer. So, jetzt nach da und dann nach oben. So war das doch. So habe ich das zumindest in Erinnerung. Genau, jetzt hier einmal hoch. Na gut, ob das jetzt so viel schneller war, ist die andere Frage. Aber wir haben Jesus gefunden, ne? Alter, wir operieren uns ja schon bald. Hör nicht zu schrauben. Denn viele finden Jesus nur, um ihn später zu verlieren. Aber die Seele, die nicht abandone, wird sicherlich mit seiner Firma beantwortet werden. Erinnere mich. Hä, und jetzt? Achso, warte mal, da kam wir. Das finde ich Jesus noch einmal. Wieder in der Kirche, oder was? Jo, sieht so aus, ob wir wieder in die Kirche müssten, ne? Ach, kommt schon. Ich will den letzten Timmy-Express finden. Der muss doch hier irgendwo sein. Guck mal, da oben ist noch mehr oder weniger so ein Ding, wo wir da drauf springen können. So, dann gehen wir halt nochmal schnell rein. So, ich hoffe, der ist noch da. Ist der noch da? Hallo, Jesus. Wann mal, vielleicht ist der jetzt hinten, ne? Da oben ist er. Nein. Äh. Ach, guck mal, ist was rausgefallen? Zahnrad auf Feder. Aber Jesus scheint nicht mehr da zu sein. Doch, der ist ja doch irgendwo. Warte mal. Ich habe noch gerade gehört. Ach, guck mal. Well done, my son. I hope you didn't peak. Remember, I will always be at the side of those, who have found me. You can call me once per day with this. But I can't help against bosses. They're scary. Come find me again for another. Yeah, nice. Und wir sind auf Level 4. Und Priester Maxi als Freundschaft. Und Jesus. Alter, wer kann schon Jesus haben? Wer kann schon Jesus als Freund haben? Mein lieber Mann. So, wir haben eine neue Nachricht. Vier neue Freunde sogar. Ich bin froh, dass du Gott gefunden hast, mein Sohn. Aber sei immer wachsam. Denn er kann in Zeiten der Not an den ungewöhnlichsten Orten gefunden werden. Ich habe ihn mal in meinem Kamin gefunden. So, wir sind Level 4. Wir können was aufwerten. So, wisst ihr was? Ich glaube, dann nehmen wir mal Junio-Jutsu. Oder? Das haben wir nämlich noch was noch gar nicht aufgewertet. Komm, machen wir mal. Jo. Ah, ich bin manchmal so blöd. Wir haben David Schleuder noch gar nicht aufgewertet. Hm. Naja, gut, egal. Scheiße, ich bin natürlich wieder so fail. Okay, dann gehen wir nochmal schnell jetzt zu Priester Maxi zurück. Ja, ich will immer noch nicht gegen euch kämpfen, Kollegen. Ja, 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 das... Lass ich euch jetzt mal so durchgehen. Boah, der hättest ein Donut, wäre nice. Ich glaube, ich gehe schnell fort zum Penny und gleich ein paar Donuts. Now that you have found Jesus, he will always be with you. Achso, das war schon die Quest. So, du hast es ja eh gefunden. Jetzt haben wir nur noch für Quests. Vulkania um der Nähe. Suche im Gebiet um die Kirche nach Kermans iPad. Okay, das geht aber glaube ich noch nicht. Schalte alle Schnellreiseflaggen frei. Finde alle Lagerplätze von Obdachlosen ins South Park und verprügel die Bewohner. Okay, ich glaube, wo einer wohnt, wissen wir ja schon mal. So, wir gehen noch mal schnell hin. Ich laufe jetzt übrigens gerade mit Absicht, weil ich gerne alle finden würde. Also alle Timmy's Fast Travel Dinger. So, komm, ein bisschen schneller bitte, wenn es geht. Okay, wahrscheinlich ist das der, wo wir jetzt gerade hinwollen. So, jetzt einmal nach rechts. Halt's Maul, Alter. So, ihr Hund ist auch ein Pokémon, aber da kommen wir auch noch nicht ran. So, den müssen wir jetzt doch eigentlich verprügeln, oder? So, wie ich das richtig verstanden habe. Neulich von Jesus. Leute, euer Herz ist der erste Ort, an dem jeder schauen würde. Ich werde mich dort nicht verstecken. Vertraut mir, okay? Okay. Müssen wir den nicht verprügeln? Hm. Egal, komm, wir gehen mal nach da unten. Da hinten war nur Kenny's Haus, oder? Okay, da kommen wir gerade aber eh nicht lang. Wo ist denn die verflixte letzte Flagge? Da kommen wir auch nicht rein. So, hier war klar. Kommen wir da runter? Ach, guck mal, da unten war ich noch gar nicht. Wahrscheinlich wird die da sein. Hallo? Da ist nix. Es geht. Ich glaube, hier waren wir doch schon. Genau, hier wohnt Mr. Bruchlowski. Da hinten ist nochmal so ein Elf, oder was das ist. Komm schon. Wo ist denn die letzte Schnellreiseflagge, verdammt nochmal? Können wir kurz bei uns daheim vorbeigucken? Mom, Dad, wir haben neun Freund mich nach Hause gebracht. Hallo? Oh, schau, du hast Freunde gemacht. Ich werde auch dein Freund sein, Schüttel. Das wird dich populär sein. Oh, danke. Du kannst mich nicht erwarten, dass du dich auf der Seite auf den Kopf hängen, nur weil du ein paar Freunde gemacht hast. Als nächstes du viele Freunde hast, dann bin ich froh. So, okay, wie viele Freunde haben wir denn jetzt eigentlich schon? 24 Freude. 24 Freude, Alter. Ganz schön viel, würde ich so mal sagen. Sind wir eigentlich noch Single? Ja, wir sind noch Single. Und wir haben bald 100 Dollar zusammen. Leck mich fett, Mann. Gar nicht so schlecht. Also für ein Viert... Ne, Drittgesser, ne? Wäre das... Also damals 100 Dollar? Mein lieber Gesangsverein, du. Wann mal, kommen wir nach da hinten? Ne, ne? Ne, geht nicht. Schade, dachte ich schon. So, da hinten ist die Stadt wieder. Willst du jetzt mit uns befreundet sein? Yes. Kelly Rutherford, 15... Oh, 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 wir haben einen Vorteil. Ein Vorteil. So, was nehmen wir denn da? Immer wenn du mit deiner Waffen magisch angest, wir werden ein paar TP. Bewege zu den Charmen mit brennenden Feinden. Start ein Gegengang mit deinem Arsch. Erfordert Mana, bringt mehr Schaden. Dein magischer Angriff mit Nah- und Distanzwaffen wirken zusätzlich an. Ich glaube, das nehmen wir mal. Jo. Sehr schön. Komm schon. Wo ist die letzte Flagge? Wo ist die letzte Flagge? Hier waren wir ja schon überall. Da ist wieder eine Timmy-Flagge. Ach, verdammt nochmal. Darum ist die Police Station. Guck mal hier. Das habe ich noch gar nicht gesehen. Oder haben wir das schon? Scheiße. Hä? Bin ich einst früh eingelaufen? Äh, einst spät meine ich. Guck mal hier. Das hat man noch gar nicht. Schnaps haben wir jetzt. Das haben wir schon. Das haben wir schon. So gut, dann gehen wir mal zu dem See. Vielleicht finden wir da ja was. Moment mal, geht es hier auch weiter? Ja, da kommen wir mal wieder nicht durch. So, hier ist der Grill. Okay, finden tun wir da aber auch nichts. Hier ist eine Tasche. Normale Sonnenbrille. Unhandlichte Perücke. City Sushi Wing. Alles nehmen. So, was haben wir hier? Achso, das ist das nächste, was wir angebracht haben. Okay. Einmal müssen wir noch was machen. Wart mal, wo ist denn das? Ah, guck mal hier. Ich glaube, dann wärst du elendig verreckt. So, alles nehmen. Okay, wir kommen ja momentan nicht weiter. Jetzt ganz kurz mal nach der Quest gucken. Wo ist das letzte? Alter, elf von zwölf, fünf von sechs. Toll, ne? Ah, okay, wir müssen kurz zu Kennys Haus. Das machen wir, glaube ich, mal schnell. Dann, je mehr Quests wir fertig haben, desto besser wird das. Und desto mehr Geld bekommen wir auch. Wie gesagt, ich hoffe, es stört das nicht, dass ich jetzt mal die Nebenquests mache. Ja, und auch, weil ich ein bisschen verzweifelt bin. Wahrscheinlich, weil die Antwort ganz einfach ist. So, wir müssen zu Kenny. Ach, guck mal, das ist sogar eine Schnellreiseflagge. Sehr nice. So. Wo müssen wir das denn jetzt anbringen? Näm, 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 näm. Gut, da kommen wir auch noch nicht lang. Hier hinten vielleicht? Ne, da auch noch nicht. Ich glaube, wir müssen nach da oben irgendwie kommen. Die Frage ist bloß, wie. Ich gehe da nochmal ganz kurz rein, die ganzen Assi-Pisser hier. Pokémon! So, ja, die haben sich verpisst. So, die Frage ist jetzt. Ne, da kommen wir nicht hoch. Wie kommen wir jetzt hoch, verdammt nochmal? So, ich gehe nochmal. So, ich gehe nochmal. Sollte hier nicht irgendwie eine Leiter sein oder sowas? Wir gehen, vielleicht kommen wir irgendwie hinten durch? So, dann gehts, wenn ich mich nochmal bei mir interpret sometime! Bis zum nächsten Mal!